Hallo und herzlich willkommen bei Herzens Pferd. Ich bin Christina und heute erzähle ich euch, was es bedeutet, wenn man sagt, das Pferd geht am Schenkel und wie man es dazu bringt, am Schenkel zu gehen. Die Reitersprache ist ja nicht immer so einfach und dann sind so Aussagen wie das Pferd geht am Schenkel oder das Pferd geht nicht am Schenkel, manchmal echt ein Buch mit sieben Siegeln. Aber ob ein Pferd am Schenkel geht oder nicht, lässt sich ziemlich einfach sagen. Am Schenkel gehen bedeutet nämlich, dass das Pferd sofort und fein auf leichte Schenkelimpulse reagiert und zwar mit einem Vorwärts- oder mit mehr Energie aus der Hinterhand über den gewölbten Rücken an den Zügel. Also das Pferd dehnt sich an den Zügel heran, es wölbt den Rücken auf und es reagiert sofort und agil auf deine Schenkelimpulse. Wenn das Pferd zögert oder nicht auf deine Schenkelimpulse reagiert, dann ist es auch nicht am Schenkel. Dann heißt es oft, ah, das Pferd ist faul oder abgestumpft oder auch ist es hektisch und entzieht sich und läuft weg, weil auch ein hektisches, weglaufendes Pferd ist nicht am Schenkel. Gerade bei den hektischen Pferden passiert es dann tatsächlich auch häufig, dass der Reiter, um das Pferd nicht weiter schneller werden zu lassen, die Unterschenkel vom Pferd weghält. Das heißt, die sind überhaupt nicht mehr am Pferd dran. Es ist wirklich so ein häufiger Fehler, den der Reiter dann macht. Und das heißt dann eben wortwörtlich auch, dass das Pferd nicht mehr am Schenkel ist. Das ist auch bei hektischen Pferden übrigens grundfalsch. Also das Pferd muss einfach lernen, einen Schenkelkontakt zu ertragen und zuzulassen, weil es kann ja keine Lösung sein, dass du immer deine Beine wegstreckst. Das macht deinen Sitz nämlich steif. Und das Pferd reagiert dann ja noch krasser, wenn du mal mit dem Bein drankommst. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Stattdessen sollten deine Beine immer locker am Pferdebauch herabhängen, den Pferdebauch umarmen. Man spricht da auch gerne vom atmenden Schenkel, weil die Beine da so locker um den Pferdebauch rumhängen und sich eben mitbewegen. Wenn ein Pferd nicht am Schenkel ist, dann ist ein häufiges Problem auf der Pferdeseite, dass diese Energie, die generiert wird, im Rücken stecken bleibt. Also das Pferd wirbt seinen Rücken nicht auf und die Energie geht nicht nach vorne durch, sondern der Rücken ist vielleicht weggedrückt oder versteift, weil das Pferd das nicht gelernt hat oder es muskulär noch nicht schafft oder der Reiter was falsch macht. Und dann steckt die Energie im Rücken und kann nicht nach vorne raus. Oder, ich habe es schon angedeutet, der Reiter macht was falsch. Also zum Beispiel, du hast ein klemmendes Bein oder ein sehr unruhiges Bein oder einen sehr steifen Sitz oder eine sehr steife Hand, die auch immer so rückwärts gerichtet ist. Dann fängt das diese Energie eben auch ab und erschwert es dem Pferd, den Rücken locker zu machen und aufzuwölben. Und wenn diese Energie immer stecken bleibt, im Rücken oder durch Reiterfehler, und man treibt und treibt und treibt und das Pferd reagiert da aber nicht richtig drauf, dann stumpft man es natürlich immer weiter ab. Und hier liegt auch eigentlich dann schon die Lösung, wenn das Pferd nicht am Schenkel ist, muss man einerseits an allen Reiterfehlern arbeiten, also kontrollieren, ob der Sitz in Ordnung ist, ob die Schenkelhilfen in Ordnung sind, ob die Zügelhilfen in Ordnung sind. Ja, also so sich selber mal nochmal durchchecken lassen, eventuell von einem Trainer oder Reitlehrer und alle Probleme, die es da so gibt, beheben. Ganz wichtig ist auch, richtig zu treiben, die Schenkelhilfen richtig einzusetzen. Und wenn das korrigiert ist, dann muss man daran arbeiten, dass das Pferd eine ausreichende Hinterhand-, Bauch- und Rückenmuskulatur hat, um eben auch den Rücken aufwirben zu können und diese Energie dadurch fließen lassen zu können. Zu dem Thema Muskelaufbau der verschiedenen Körperregionen des Pferdes habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das ist hier. Und rund um das Thema Training und Muskulatur habe ich auch einige andere Videos. Einfach mal in meiner Videoliste schauen. Und wenn das jetzt schon so ist, dass das Pferd abgestumpft ist, dann muss man daran arbeiten. Da habe ich auch hier schon mal ein Video zu gemacht. Es ist eben einfach super wichtig, wenn man mit einem abgestumpften Pferd arbeitet, dass man schon die kleinste Reaktion in die richtige Richtung lobt und dass man es dem Pferd einfach macht, richtig zu reagieren. Da muss man eben auch ganz viel an sich selbst arbeiten. Man muss lernen, richtig zu treiben. Man muss auch lernen, vorne nachzugeben. Also es machen schon unheimlich viele Reiter beim Anreiten den Fehler, dem Pferd nicht den Zügel zu geben, sodass das Pferd schon beim Anreiten eigentlich gebremst wird und in den Zügel reinläuft. Und das ist, wenn man das einfach jeden Tag macht, nochmal abstumpfend fürs Pferd. Also es sind so ganz viele kleine Dinge, wo man wirklich sehr auf sich selbst achten muss und auf sein Timing und seine Reaktion. Und da muss man dann einfach gut dranbleiben. Wie gesagt, ich habe ein Video zu abgestumpften Pferden und wie man die wieder feiner bekommt, da wird das alles ganz ausführlich erklärt. Ich hoffe, jetzt ist es etwas klarer, was gemeint ist, wenn es heißt, das Pferd geht am Schenkel oder es geht nicht am Schenkel. Wenn dir das Video geholfen hat, lass mir doch gerne ein Like da und lass mir auch gerne ein Abo da, wenn du Lust hast auf noch mehr Tipps, Tricks und Tutorials rund ums Thema Reiten und Pferde. Tschüss!